zu lieben willkommen zurück zu einer neuen folge das chaos enjoy mit den schatten dresdner jetzt haben wir uns noch mal 151 was wir jetzt noch schaffen ein kerze läuft aus ohne mitnehmen noch eine ruhe frei zu bieten immer schneller immer schneller als im live stream schatten dresdner hamburg ich das jetzt gemacht hätte ja dann ja ich noch viel weiter hier schneller als unsere teamkollegen ach so ja also werde ich hier verlinken in den videos auf jeden fall schatten ist kanal und dann vielleicht eine ankündigung ist nur eine kleine vielleicht mache ich dann mit schatten nähe was anderes wenn man dann sehen ob die rune nicht liegen runen hallo ich bekomme die nicht dann bleibt zu liegen leider noch mal zwei holen und sind mir wichtig kann man nicht kaufen muss man trocken merkt euch das kann man nicht kaufen muss man trocken warum ärgert es mich dass ich die rune da oben nicht kriege also ich will die gerne mal mitnehmen weil ja ihr sagt ihm muss man trocken umso mehr chance man hat mehr gehabt man hat umso mehr unend braucht man und ja also ich hab ja jetzt kommt jetzt kommt normal normal jetzt erzählt jetzt wird es angezeigt so wie drohen wenn es nur einer der wohnung schmuck bekommen wir jetzt nicht mehr kommen wir jetzt schon eine weile nicht mehr aber die ruhen ganz wichtig jetzt 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 ja klar mit den beutesamen kommt man auch noch andere sachen aber lieber noch mehr andere sachen als beruhung in die beruhung und brauche viel was der will ist naja bald nur ich nie bekommen du hast 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 nein ich will die wühle wochen ohne also wie gesagt wenn ihr auch anfangen solltet also wie gesagt verfolgt mein kanal wie er sagt wir haben ja auch neue mitglieder ich hoffe die verfolgen mein kanal aber sie ist mitglieder ich meine zuwachs folgen bitte ja nun sind wichtig kann man nicht kaufen hier kann man nur trocken das machen vielleicht wenn du elke noch mehr als man nicht mehr als man nicht alles ich bin der runen geist ich bin der runen geist was machst du da ist so jede rune mitnehmen versuchen zumindest außer man muss noch nicht sieht ist klar vielleicht wenn er angreifen würde ich habe mich mal du treu gefunden oh Das war's. kann man das was cool wäre uns dann noch befehl geben würde ja gut mein kraft halt aber dann wo ich mir eingehen wollte ruhen einsammelt aber wir sind nicht bei mein kraft lassen das noch im tokel ok damit Wir machen viel Ruhm. Das ist ein heftigter Schattenbrichter, also ich muss sagen, ja freilich. So schnell wollen wir gleich schämlich. Was ich jetzt eigentlich kenne, oder Level Up zu machen. Wir müssen 90 Level abziehen. Aber trotzdem. Okay. 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 Alright. Okay. 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 auch schon vorher mit schatten besser machen kann ich denke aber auch so level 90 wie standort dass man dann schatten besser machen kann weil der macht hoch ja gut man muss auch heute sagen mitnehmen so wie gesagt macht euch erstmal einen schönen schau mir helfen tun wir uns helfen tun wir euch auf jeden fall wenn ihr hilfe braucht dann sind wir auch da ihr sagt diesmal bleibe ich auf den europäischen länger jeden fall und ich versuche ich muss jeden tag online zu sein ich versuche es echt und ja nicht bloß wenn ich videos machen will auch so versuche ich online zu sein was ich auch gleich empfehlen können geht immer auf die homepage wer hat das video jetzt zum ersten mal sieht auto allgemein mitspielen möchte und so geht auf die homepage wurde kommt ihr jedes mal probot 1000 cash jeden tag so jeden da ich glaube zweimal am tag aber nein es läuft alles aus lieben so wir speichern dass sie hier jetzt nochmal neu ist aus ja ihr lieben wie es auch noch mal schnell die skill liste das geht das geht ab level 168 brauchen noch ein bisschen wir sind ja ja da kann man mal noch schnell bisschen was machen das geht ab level 168 brauchen wir sind ja nicht auf g er oder so da kann man den nehme ich eigentlich auch nutzen für bossen sich da auch noch schaden ja gut auch nicht so wie er sagt ihr könnt die gültig kommen office unter da bin ich mal denke ich mal wird und da sein ich versuche es jetzt auch immer jeden wo ist eigentlich ja gut so nach schmack ist es gibt und wir haben kann schon noch verbläder ja ist egal aber wir haben es ja wie er sagt wir könnten die gültig kommen wenn ihr möchtet und ja vielleicht auch was tun was tun was zusammen machen kann oder so wenn ihr dann in den level seid und wir wollen bosse auch noch so machen wir das alles zusammen euch wie wenn jetzt wieder ein live stream kommt weiß ich noch nicht und ritter her und so weil ich hatte nie hat selber projekte und ich habe hier auch noch zu tun und 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 ja achten schon irgendwie wie gesagt ja so folgt wir jetzt erst mal ein herzen und machen möchte kommt rein und vor allen dingen ihr könnt ja auch in disco kommt da kommen auch noch mal ein bisschen schwarzen wenn ich dann nicht gerade online bin auch so ihr könnt mich jederzeit anrufen und 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 ich versuche dann immer zu antworten kommen so ihr lieben somit bin ich erstmal raus und ich hatte auch mal neulich und tschüss